Was ist das Fegefeuer? Der Himmel, so haben wir gesagt, ist die Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott haben kann man aber nur, wenn man heilig ist. Denn Unvollkommenheit und noch irgendwie an der Sünde hängen, kann es in der Gemeinschaft mit Gott nicht geben. Für den Himmel muss man also heilig sein. Nun, geheiligt wird der Mensch in der Taufe. Wir werden zu Kindern Gottes und beginnen dank der Gnade den Weg der Vollkommenheit. Aber diesen Weg der Vollkommenheit gehen wir in unserem Leben meist sehr unvollkommen, wie unsere Sünden und Fehler zeigen. Wenn man nun die Sünden bereut und in der Beichte bekennt, erlangt man Vergebung. Man wird mit Gott versöhnt und kehrt zurück auf den rechten Weg. Gut so, aber mit der Vergebung ist die Sache noch nicht ganz aus der Welt. Denn Sünden hinterlassen Spuren. Da bleibt noch etwas, das in Ordnung gebracht werden muss. Beispiel. Wenn ich einem Freund Geld geklaut habe, es dann bereue und um Verzeihung bitte, ist das gut. Aber auch wenn er mir verzeiht, bleibt noch etwas offen. Die Gerechtigkeit verlangt, dass ich versuche, den entstandenen Schaden wieder gut zu machen. In diesem Fall werde ich das gestohlene Geld zurückzahlen. Ich kann nicht sagen, gut, du hast mir vergeben und jetzt kaufe ich mir mit dem Geld einen neuen Fernseher. Ich muss den Schaden wieder gut machen. Und ich werde wohl auch etwas tun, das die Echtheit meiner Reue zeigt und die verletzte Freundschaft wiederherstellt. Und so ist es eigentlich bei allen Sünden. Auch nachdem wir sie bereut und gebeichtet haben, müssen wir versuchen, den entstandenen Schaden wieder gut zu machen und Sühne zu leisten. Außerdem hinterlassen Sünden eine Unordnung und eine schädliche Bindung an das Irdische. Und auch das ist nicht automatisch weg, nur weil wir die Sünde bereuen. Sehen kann man das vor allem bei den Sünden, die zur Gewohnheit geworden sind. Wir können sie zwar aufrichtig bereuen, aber es wird trotzdem notwendig sein, auch nach der Reue gegen die schlechte Angewohnheit und Neigung anzukämpfen. Sünden, auch bereits bereute, haben also Folgen. Diese Folgen verlangen erstens Wiedergutmachung und Sühne und zweitens muss die Unordnung, die die Sünden hinterlassen haben, überwunden werden. In beiden Fällen helfen Werke der Buße. Was sind Werke der Buße? Nun, zuallererst einmal natürlich die Buße, die mir in der Beichte aufgetragen wurde. Und dann zum Beispiel das Gebet, das Fasten oder wenn ich geduldig eine schwere oder leidvolle Situation trage. Übrigens, nur um das klarzustellen, unsere Werke der Buße nehmen nichts von der Wahrheit weg, dass Jesus für alle Sünden gesühnt hat. Im Gegenteil, unsere Werke der Buße haben überhaupt nur deshalb eine Wirkung, weil wir sie aus der Kraft der Gnade heraus tun, die er am Kreuz für uns erworben hat. Aber gut, das war jetzt eine ganze Menge zum Thema Sünde und ihre Folgen. Was hat das alles mit dem Fegefeuer zu tun? Wie wir gleich sehen werden, sehr viel. Es ist nämlich so, wenn wir unsere Sünden bereuen und für sie gesühnt haben, dann haben wir sie wirklich hinter uns gelassen. Dann können wir rein vor Gott hintreten und in den Himmel eingehen. Wenn da aber noch etwas ist, etwas Geringfügiges, das wir noch nicht bereut haben, oder etwas, das noch nicht gesühnt worden ist, etwas Ungeordnetes, an dem wir noch hängen, dann muss das noch ins Reine kommen. Und eben genau diese Reinigung geschieht im Fegefeuer. Das Fegefeuer ist der Reinigungsort der Seelen. Dorthin gelangen alle, die zwar mit Gott in Liebe verbunden sind, aber noch Unvollkommenheiten haben. Wenn die Reinigung vollendet ist, treten sie ein in Gottes Reich.